Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 11.15 Uhr in der Nacht, wie Sie sehen. Was machen wir heute? Wir schünen die Filter aus den Roboten. Wir schünen die Tobogane. Und wir haben wahrscheinlich die Träsch aus den Garbage Cans, aber wir sehen uns über das. Okay, stay tuned for the video. Ich habe entschieden, dass es in Englisch zu schünen, das in Englisch zu schünen. Ich habe mich nicht auf Englisch gesprochen. Ich habe mich nicht mehr mit dem Englisch gesprochen. Ich habe mich nicht mehr so, weil ich meine Kollegen, die sind dort, in der Blazsitzitzung, aber was ich möchte, was wir heute machen, ist, dass wir die Kante Kante das, Ich habe ein Objektiv, ein Objektiv, ein Objektiv. Ich habe das ein Objektiv, das ist das, eine, 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 eine. Ich habe das nicht ganz wichtig, aber ich habe das versucht, dass ich es nicht so viel, Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe hier eine Maske für den Roboter. Ich habe hier eine Maske für den Roboter. Ich habe hier eine Maske für den Roboter. Es ist ein bisschen retarder, die Kamera nicht fokussiert, aber es ist wichtig. Er ist auf der Fall, wenn ihr die Pitch, dann ist er fast, weil wir hier sind, die man im Kabel Management TS. Ich werde ihn jetzt jetzt... Ich werde ihn jetzt nicht verletzt, ich werde ihn jetzt auf. Er ist hier, er ist auf jeden Fall, er kann er von einer Stelle gehen, dann kann er auch weiter. Jetzt werden wir die Farbe ausprobieren. Ich werde es jetzt sehen, wie es aussieht. Ich weiß es nicht, aber ich werde es mit dem Video ausprobieren. Weil es hier schummiert wird. Nein, die Kamera ist es schmiert. Wir gehen jetzt erst mal auf das Bild. Wir werden das Licht verbrechen. 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 Die Erreignisse. Okay. But I'll see you later. I'll see you later. 2 x 2. Pro, pro. Giro, giro. Giro, giro. Giros. Skoro pa giros. Uglavnom, to vam je 4. 4. Jebote, nešto je puklo. Pa nije vamo. Nevim, proveri. I, ovaj. Ipak nije nešto puklo. Neko je budala, valj, petard ili nešto. Možda je neko ubio nekoga. Pita je boga. Uglavnom, to vam je 4. Znači, 2 x 2 je 4. 4 x 4 je 16. Das ist 2x2, nicht 2x2, B-Turbo 4x4, V8. 625 Dupinskihs nage, die sind in diesem 1. 1. Dupinska nage sind 64 märg, 1. Dupinska nage sind 64 märg, 1. Dupinska nage sind 69 märg, aber das ist nicht wichtig. Ich werde euch jetzt zeigen, wie sich der Filter schüste. Ich weiß nicht, ob ich die GoPro schüte oder nicht, aber ich werde euch sehen. Wir müssen den Reflektoren aufbauen, und dann werden wir das aufbauen. See you later. Ja, ich habe es vergessen. Hier haben wir gesagt, dass wir die Filter schüttieren. Hier ist ein Dupinska, hier ist ein Dupinska, hier ist ein Dupinska. Hier ist der Reflektor aufbauen, weil es mir hilft, dass ihr dort sehen. Wie sieht das aus. Hier sehen wir die Filter schüttieren. Hier ist es etwas Dupinska. dass wir die Filter schüttieren. Wir sehen uns an die Filter. Wir haben zwei Filter. Die Filter schüttieren die zwei Stoffer. Daher sind die Filter schüttieren, die sind die Filter halten. Hauptsatz. Das ist, das ist, das ist, das ist und dann Du hast zwei Filter. Die Filter sind einfach. Die Filter sind einfach. Das wäre das. Wir gehen auf die Präume. Jetzt bin ich die Kiste, etwas zu tun. Das ist wie ich das Filter aussehen. Ich fokuse, fokuse. Das ist alles so prljav. Das ist auch die Kiste. Ich fokuse, das ist das. Das ist der Hauptsitz. Hier sehen wir die Kräste. Die Kräste sind vollen Piesk, vollen Leben und Než. Ich zeige euch, wie sie sich auf die Kälte und die Kälte. Die Kälte werden wir einfach mal wieder auf den Kälte. Wir müssen die Kälte und die Kälte. Wir müssen die Kälte und die Kälte. Sie müssen die Kälte auf den Kälte. Ich habe es nicht mehr zu verraten, aber ich habe es nur zu verraten, um es zu verraten, um es zu verraten, um es zu verraten, um es zu verraten. Und dann zavrsch ich den Filter. Gde od roda zemlja puca, gde su ljudi, dobra srca, vratit ću se jednog dana. Gde od roda zemlja puca, gde su ljudi, dobra srca, vratit ću se jednog dana. Znači, vidjeli ste on sa stoji, kalibrira svoj Giro Skope, Giro, Kebab, Giros uglavnom. Ostanom je još očistiti smeće, da vam pokažem možda kako se izmjeri klor, kakvu aparaturu imamo, očistiti to i pokupiti smeće, ali mislim da ću smeće ići pokupiti kasnije, pošto su mi dečki došli u blažu, pa ću otići malo na neko pićence, šalim se popiću vode zato što umirem i željam sam u konji. Pa ćemo nastavak na tobogan. Ista procedura, skinemo ovo, tu, jel' hoćeš fokusirati ili nećeš, vjerovatno nećeš. Pišeš još jedna minuta, znači, tamo je iskalkulirano, ugašeno, on je jadan tamo na drugom kraju, ali dobro, šta da radim, šta da radim kad ne mogu. I tako, šta ima kod vas, kod mene ništa, ući međus dva tjedna fiziku, ne mogu ići. Ide gaz, ide gaz, ide gaz. Ovo mi je jure. Ne povezuje nikakvu sličnost sa stvarnim jurom. No, ele, uzmete ovako, ne da bože, da mi kamera ispadne. O, ti gosped. Ljudi misle da je ovako nešto lagano, ali zapravo je pun klinac teško, ima jedno 30 kila sa svom vodom mogućom koja se nalazi unutra. Otvorite ga, ko haubu, unutra se nalazi ovaj 30 inline 6 sa 450 konja iz M4-ke. Isto je quattro four wheel drive, jako je to vjerojatno x drive, da, x drive, ima tu neki lip sistem, ovo su im spojleri. Za vodu, ogromni 24-colni naplaci, alu, vosenice, kao što vidite, konkavne trokrake. I ovaj, da, idemo ovo očistiti, blblblblblblblblblblblblblblblblbl. Idemo na pite. Evo, hvala Bogu Isusu Dragom, završni dio. Znke, filtr se sastoji od dva dijela ovoga koji usisava i ovaj koji je zapravo filtr. Evo šta znači. 500 plus ljudi tijekom dana na bazenu 0,5 kile pjeske vonutra, ich bin ausbetoniert von KUCHE für ovoljko pjeske undem ovdje schtasmo naučili svaki val se otvara s desna na lijevo i vamo krenete ČIRAKIJA to malo saperemo o malo se sapere ja to inače radim s dvije ruke al pošto vama snimam debilima vas koko vas prati ne znam točno koko ali 1,95 idemo na sto nas točimo naprijed neki special shit ajde molim te van izid ajde naprijed ćemo ovako mi njega malo nakosimo to bruda moj o ti gospe dobro s ove strane čisti još ga malo s ove strane i go bog naravno kabi se to išta moglo tako napraviti evo ga to je to ovo ga prikvaćimo jednostavno na škljoc on je dobar odemo da zatvorimo daj mi malo vodice i s lijeva na desno podemo još to obaciti idemo idemo popit nešto ali sa šta ide gas fokusiraj majmune ajde ćao stavimo tank unutra malčice ga gurnemo da sjedne zatvorimo haubu lanciraš ga u vodu i ćao i to bi ljudi bilo to što se tiče pranja robota ja jedan sad dobro moram osim što ga moram uključiti 2.19 2.20 minuta negdje otprilike radi to smo riješili ja sad odem na kavu u blažu moram se napraviti nesicu dole onda ćemo ići klor vam pokazati kak se testira strojarnicu ću vam sam pokazati jer ne bi baš trebao ulaziti toliko dole i okupiti smjeći i to bi bilo to moja radna smjena u trećoj ništa ljudi hajde pozdaj i evo nas ljudi ovaj nazad pošto sam ja bio na pićencu tj. vodi i upravo sam skužio da nemam ovaj da nemam ništa za jest jer sam budala zaboravio da imam tj. da ponesem nešto od kuće bravo Marko sad idemo izbaciti smjeća koje se nalaze u ovim kantama što se nalaze tu tu tamo tamo tu tu tamo tamo poslje toga ćemo izmjeriti klorić da vidite kako funkcionira ta aparatura i vidit će ćemo na tobog ne da mi se živit a ne ići na tobog ajde vidjamo se za pet poze vodna vodna So, jetzt, weil wir jetzt die Schmerzen haben, Ich werde noch ein Klor testieren. Ich werde euch zeigen, wie ich es sehen kann. Wir gehen zur Kastrojarnik. Für alle, die nicht verabschieden sind, Da ist ein ein Kratkes, aber das ist eher ein Kratkes. Ich mache es einen Kratkes, nicht der Kratkes. Aber das ist nicht mehr generell. Ich möchte eine Ausnahme sagen. Sie sind ein Kratkes. Die Filter sind aktiv mit dem Wasser. Ich weiß nicht, was ich ist. Ob der der Ausdol ist, ob 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 der Ausdol ist. Ich weiß nicht, wie funktioniert das, ob das Wod ist. Das sind zwei, drei Pumpe, wenn man nicht funktioniert, ob das nicht funktioniert. Das ist hier ein für die Flöden für die Flöden in der Zirkung. Part per million. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer ist. Wer ist klor, wer ist klor, wer ist klor. Wenn man eine Seite ist, dann ist es klor. Da sieht man, dass es klor ist, weil ich klor ist. Die Pumpe arbeiten. Hier sind klor. Die Pumpe für verschiedene Pumpe, die sich hier im Klor verabschieden. Die Pumpe sind hier im Klor. Die Pumpe sind hier im Klor. Eine kleine kleine Bumpe, die sind hier im Klor. Wir nehmen die Plänen und die Klor, die im Klor verabschieden. Ist vor allem. Das ist eine Woldkraft, die sich hier im Klor zu verabschieden. Die Wasser und die Koh-deckung. Es ist ein bisschen gegründer. Es ist ein bisschen schock. Das ist ein bisschen über dieu, so ist es in der ersten Runde. Und, um die anderen zu gehen. Wir müssen uns die Hilfe nach vorne. Ich bin schon sehr schön. Es ist ein schweres, die ich ein Mensch. Das ist ein bisschen lecker. Das ist ein bisschen zu schlau. In der Stadt. Das ist eine Schlagnolik. Wir haben ein Reaktion, DTA Sol, DINATRIOVASOL, 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 Uglavnom neki reagent za dobivanje, odnosno reakciju koja se voda sa klorom obezboji u ljubičasto, svjetlo-ružičastu, ovisno o koncentraciji klorovih iona. Ovo su kivetice u koje ide desetak mililitara vode. Okrenu se na ovaj smjer. Prvo naravno mora doći kalibracija uređaja kojeg bi ja trebao izvadit. Znači uzmemo kalibraciju uređaja, upali se, stavi se kiveta koja je napunjena bazenskom vodom, kalibrira se, izvadi se, stavi se reagent. Promočka se doći do nekakvog ružičastog obojenja ukoliko kloro u vodi ima, ako je veća koncentracija biće tamnija, ako slabija biće naravno obrnuto. I potom stavimo opet, pritisnemo zeleno i što dolazi, dolazi do očitanja klora, sam ne znam u čeme, miligramima po litri unutar bazena. Sad ćemo na kratko, ja idem samo uzeti uzorah u kiveticu i mislim neću pričati, nego ću sam staviti da snima kako zapravo taj postupak ide. Vidimo se, znači ekipa imamo kahov uređaj koji prvo moramo kalibrirati, kiveticu okrenemo prema nama, znači da je ovaj dio usmjeren prema nama. Zaklopimo i kalibracija može pokreći. Znači zadnji put je bilo 0.11 što nije baš dobro, to je ovisno kad su mjerili. Kalibracija na 0.00, kivetica se vadi van, dodaje se prethodno pripremljeni reagens, mislim pripremljeni samo cjećete vrh, ali never the less. Promiješate i stavite unutra, samo na zelema da dođe do očitanja, miligramo po litri i vrijednost iznosi 0.07. Što je ok vrijedno za ovo doba, ali inače se može biti možda malo viši, ali sve je to u redu. To je bio jedan primjer, uzao sam čisto ovaj sa kraja bazena, da ne bi bilo da ga ima previše, ali to bi bilo uglavnom to. Sad ćemo idemo, ovo ja riješim i ovaj, možemo otići sad još na bazen, bože na bazen. Možemo otići na tobog na čisto da vidite kako to što malo izgleda i ja bi rekao čao zdravo za ovu noć, pošto se ova noć produžila, maksimalno što se produži dalo, ali nema vez. Dobro, vidjamo se tamo. Evo ovako ljudi, pošto sam skužio da mi se apsolutno ne da penjat na toboganu u ova doba, jako je 3.15. Puno mi je vremena odnjelo na smeće, jer svaka je kanta bila onak do vrha puna, tako da ono, ni ne daj mi se. Chlor je bio ovo tu malo ok, videli se kako radi ovi drifter i AMG i M paketi što se tiče robota. Filteri su ok, mislim ono, pranje filtera, može bolje, može i gore, kada vam kaže. Eto, to bi bilo to od mene, nadam se da ste videli kako ovaj posao zapravo nije težak i kako se tu apsolutno ništa teškog ne radi. Bilo mi je drago, like, share, subscribe, ako ne zna zašto ljudi govore, ono, share, ko shareo je, kjer te ne dao, ali uglavnom, like, share, subscribe, much love for Cimi, i za ostalo populaciju, naravno, vidimo se, čao.